hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die ich muss einmal mein inventar noch leer räumen und bauen da unten unter anderem das dann das musste ich verstärken wir müssen die türen noch mal heile machen die türen ja ich hab doch stahl schon fertig gemacht ja hier metall eisen wird du machst das schon ja 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 ich würde sagen wir beginnen diesen witzigen tag mit mit einem witzigen witz nicht den schon wieder bitte nicht erst mal groß werden na gut okay wir werden erstmal wenn wir bros ja so bist du bereit jasmin hast du mich angenommen ja ich sehe dich auch jetzt bist du blau ja du bist grün endlich ist es richtig ja hau mal raus sein ach so geil wie nennt man ein lama auch das haben eine ding dong ja schön dass du den kennst aber die zuschauer nicht du hast die pointe versaut kommentare an ich habe ich habe er macht nix immer her damit bin ich ja schon gewohnt ich habe dir übrigens die frau geschickt die so eine flachwitze immer sagt ja aber dass du dass du direkt den ersten den ich davon abguck war ja dass du den gleich zerstörst ja weil die sich da so weg gefeift hat das hat sich so in meinem gehirn festgebrannt ich hab grad echt die frau vor mir gesehen so auseinander genommen ich bin fassungslos wie du mir sowas antun ja wie du mir sowas nicht noch mehr die hat doch so viel flachwitze auf lager da wird dir doch noch einer einfallen ist nicht dein ernst aber weißt du was ich an der richtig geil finde die feiert die dinger ja ja die feiert die ja richtig ne ich finde es cool dass die es wirklich so witzig findet ob das cool ist dass die darüber so lacht ich weiß ja nicht ob das ich sag jetzt lieber nix sonst kriege wirklich noch hate kommentare gefakt ist nein nein gefakt nicht ich hab mal meinen bauern dres hier einsortiert haben wir noch den mais den sperr meissperr meissperr oder sperrmais sperrmais sperrware sperrware das wird eigentlich reklamiert ja haben wir noch federn 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 wir haben hier auch noch ist auch da drinnen und eine tapuze der stufe 6 und das hier kann ich habe ich das schon ausprobiert das weiß ich jetzt auch nicht wenn ich diese waffe nehmen und ich möchte sie die hat nur zwei leere slots wenn ich die zurück packe und diese hier nehme hier geht das ja nicht so und ich möchte die verändern dann geht das nicht ja schade schokolade wie nennt man einen schwedischen türsteher warte 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 ein schwedischen türsteher ikea schrank nee okay hau raus lasse rein strömen ja so ne kacke na nicht schlecht hast du das mitgekriegt in der zeitung die haben einen sarg gefunden im wald konnten sie aber nicht aufmachen war ein zuhälter drin jetzt wird es alt damals als ich noch jung war war das der brüller so was haben wir denn hier noch für plants ist alles noch im anbau und wie sieht es auf dem roof aus roof ist da dunkel anbau wie nennt man die lieblingssportart vom ordnungsamt die lieblingssportart vom ordnungsamt weiß ich nicht ha cool parkour parkour weißt du parkour ne ich hätte jetzt ich hätte gesagt was das lieblingsspiel von einem baumarktangestellten ist weglaufen verstecken weglaufen weglaufen ist doch kein spiel was ist schlau grün und stellt extrem seit was seit sehr vielen jahren viele fragen warte noch mal was ist grün schlinder lauch gott ey das ist so ich bin aber auch vergesslich schulde du bringst mich ganz aus dem konzept konzept ja ich wollte doch die eine mauer da ein bisschen aufwerten die eine ecke die eine ecke so genug flach wird die da ne hörst du das hör mal wer da himmert tim taylor himmer nicht himmer 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 ist niedersächsisch für himmern das das ist selbst erdachtes ostdeutsch hier meistens glaube ich auch fertig oder da wollte ich auch noch aufwerten sieh mal einer an ne mais ist nicht fertig ist im anbau hä hier steht aber mais pflanze ja im anbau in klammern nein mais pflanze never jasmin und hier steht mais in sam hä hier hinten du eierkopp ist auch noch einer ne ja ja mais pflanze mais pflanze wann ist das denn passiert denken es ist frei erfunden sie denken diese geschichte haben wir frei erfunden tja da muss ich sie leider enttäuschen so oder so ähnlich ist das oder auch nicht so verballert ist der herr will es so oder so ähnlich ist es oder ist es auch nicht passiert so ich habe gleich dreimal mais an die pflanze wieder wollen wir vielleicht ein bisschen brauchen wir gekochtes wasser für gekochte maiskolben ja ne ich weiß es nicht ich weiß ich sehe gar nichts hier ist voll dunkel resipte äh gekochte maiskolben kann das mal wieder hell werden dafür brauchen wir ein durstlöscher jasmin wie geht es denn unseren zuschauern geht es euch gut man muss sie auch mal fragen ja ja also mir geht es ganz gut dich hat aber keiner gefragt jasmin ja ich weiß aber ich antworte trotzdem nein auch wenn es keinen interessiert aber mir geht es ganz gut aha ich möchte gerne dass es Tag wird ich will los geh doch äh ne nicht mal nach ich bin ein kleiner Schisser tu dir keinen Zwang an jasmin schau mal 10 Maiskolben gemacht äh können wir hier gleich mal oh ist auch schon wertig weißt du was interessant ist du wirst ja wer von unseren Zuschauern selber das Spiel zockt alle das echt ja und wie weit die sind das wäre ja auch mal definitiv weiter und fähiger wir sind ja oh wir sind ja Tag 21 heute Abend ist Lütmon ja 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 ruhiges Blutwut jasmin heute Abend joa hat Tim Taylor nicht auch mal so richtig geile Flachwitze gehabt Tim Taylor? ja und handwerklich begabt war Tim Taylor ja du kennst doch hör mal wer da hämmert ja aber jasmin also ich bin grad am überlegen ob sich äh in unserem Leben jetzt hier trennte Wege aufmachen ne macht nix macht nix no problem gut dann äh hab ich mir das jetzt anders überlegt damit es für dich ein Problem ist so so naja die Diagonal-Sitzen sieht das bestimmt cool aus okay jasmin schrei nicht so rum oh eigentlich ist das hier ne tote Ecke hier geht ja keiner rum die gehen ja jetzt alle da raus tote Ecke sagt er tote Ecke aber es besteht ja die Möglichkeit dass wenn wir da Stachelfein hin machen und hier nicht dass die sich denn da durchprügeln wollen ne oh hier kommen sie oh ich brauch was zu tun hä ah ich geh mal hoch kommen die mir gleich entgegen ich weiß nicht ich geh mal eben hoch weil dann locke ich die vielleicht an ja die laufen gerade hoch und fallen hier runter ey ich mach hier grad die Stachelfein ja danke dafür ja Leute ihr kommt mal her meine kleinen süßen Scheißer komm her ihr habt da richtig Bock ey und voll daneben ey ja komm her Digga Aua ah ah Stacheldraht ey du solltest du machen zu hu 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 komm hoch ja ich bin schon dabei ich eile Jasmin ich habe Angst okay ich hab das Schaufel warum hast du Angst aber was hast du ach hast du da unten schon Fallen hin gemacht ja und die machen alles kaputt die Blöden das Ding hat die voll weggekriegt äh äh das Geräusch oh hau ab ja wie er da runterfällt ich da komme hier infiziert also ist das egal da kommen aber viele durch ne du ich ja du ich ja äh eine haben wir eingesperrt ja ist die auf die Mauer gefallen ach das Gerät hat die hier reingeschossen ja wahrscheinlich aber hat sich erledigt mit ihr ach ne doch noch nicht warte das war's da hat er die da richtig runtergebufft oder müssen wir was machen ja ja aber die ist auch voll geflogen ey äh äh endlich mal Spannung hier mir war schon langweilig mal meinen Bogen reparieren kann ich den eigentlich auch äh ne dachte schon auf Schufte 2 wie geht das überhaupt äh musst du selber bauen du kannst den nicht hochleveln den Bogen aber ich laufe hier immer durch wir müssen das mal mit Stacheln kennzeichnen wo eben oder Stacheln fallen sind Stacheln Stacheln die wären jetzt überhaupt ja ey wieso heißen die eigentlich Stachelfallen die fallen doch gar nicht eine Falle ja aber die fällt ja auch nicht eine Falle ich hab dir eine Falle gestellt ich möchte bitte dass du da äh dich mit dem Bundestag auseinandersetzt das muss umgenannt werden das ergibt gar keinen Sinn jetzt mich am Bundestag auseinander ich glaub ich spinne ey stimmt du solltest kann nicht hier ich kotze mich einmal im Strahl rum ja Jasmin bitte jeder ist besser als die da die da jetzt sind ey Jasmin bitte das kannst du doch so nicht sagen ja dann kann ich das so sagen nein du weißt es doch gar nicht wenn ich eins weiß dann ist es das also ich bin der Meinung wir haben nur fähiges Personal im Bundestag wenn der Meinung interessiert sich das gar keine falls wir mal äh irgendwelche Werbepartner vom Bundestag wollen haben werden sollten ne kann ich drauf verzichten freue ich nicht alles Lügenbarone da oben ey ach komm Jasmin bitte die eine kann nicht richtig reden der andere weiß nicht mehr was er gesagt hat der eine kann Jasmin Jasmin fang dich mal wieder du oller Verschwörungstheoretiker ne ist das so du bist ja ein Querschläger den einen verstehst du gar nicht wenn der Deportrukt irgendwas bleibt klären das will keiner hören hier es schaltet keiner ein um sich über Politik aufzureden regen auszureden aufzuregen aufzureden aufzureden sag ja nur dass die alle doof sind da oben ja und was na und dafür haben die schon Großes geleistet passen komm mal raus ja Großes viel erhöht das haben die das ist eine große Steigerung nach oben große Steuern große Steuern Jasmin ja 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 so anderes Thema ja bitte das ist ja furchtbar das ist ja doch ausfällig äh ich hasse es wenn du Ausfall hast Ausfall ja mhm ich weiß so viel wird das nicht kosten oder ne ich brauch doch gar nicht das ich brauch doch Eisen oder ich nehm mal beides mit mit lieber Bogen was ist wenn ich mir wie krieg ich den anderen hin welchen ja einen besseren zum Beispiel ne dadurch dass du das äh levelst levelst ja aaa äh äh ich finde nicht mal ein Punkt äh ich finde nicht mal einen rot-weißen Pils Pils das war das war eine Anekdote ein Super Mario aber hast du nicht verstanden der Witz ist versaut ich hab ihn jetzt errabt ach Jasmin das ist ne blush uuuh uuuh das ist mir zu teuer lebe lebe ne kleine konntensfähige mens wasserhaltende gasförmige aggressionszuständige ne ich krieg's hier nicht hin ne mit diesem runtergehen irgendwie wie viele kommen noch Pia das ist ja perfekt Jasmin oh das sind her viele Bäume ja du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht ne da hilft nur eins Rodung ich hab keine Ausdauer und keine Skill oh ich hab Hunger schon die ganze Zeit ich hab aber nichts zu essen hm das ist schlecht ich hab eins Hunger und kein Essen warum kann ich nicht kein Hunger und eins Essen haben und Essen ich höre jetzt sich das eins wenn hier irgendwie ein Bär ist oder so das bin ich ich bin ein Böer ach so mhm durch meine Trinkmod hau ich mir jetzt erstmal richtig Flüssigkeit in den Magen ne mach doch ja dann geht er mir damit auf jeden Fall nicht mehr auf den Zwirn 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 auf den Zwirn Jasmin so jetzt muss ich das einmal wechseln dann machen wir die Gläschen gleich wieder voll und dann flupp flupp aber nicht reipullern ne Jasmin ich hab dir Apfelsaft mitgebracht nein danke ich verzichte trink mal der hat sogar Schaum das ist wie eine Bierkrone Bierblume heißt das ich hab gar keine Ahnung was machst du denn oh Gott er versteckt sich den Freak ich seh dich Jasmin ich seh dich auf mein Pfeil mein Pfeil oh ja 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 er dem Glauben bin gleich tot ich bin gleich verhungert ja komm irgendwas stimmt bei dir auch nicht oder ich hab dir Holz geklaut irgendwas ist bei dir nicht richtig heute schade dass man sich nicht hinlegen kann ich würde gerne so richtig hier lang krabbeln nimm dir doch einen anderen Baum nimm dir doch einen anderen Baum gut dann nehme ich den so viele welchen nehme ich denn ich weiß nicht welchen nehme ich denn nur jasmin du bist bei mir gerade auf den baum geklettert wie bist du noch ja weiß ich nicht wenn du ab immer weg hin würde ich vielleicht noch mein krieg ist ein affe du kommst auf komm da runter kommt da runter ja das an jeden baum das wäre ja auch geil wenn du unterwegs bist an dem hier wie hoch bin ich sonst keiner aber du musst leertaste gedrückt halten aber ich habe keine ausdauer und da runter heute nacht schläfst du mit mir du kannst dich nicht verstecken bleibt mal im baum immer gucken was passiert ok hätte ja auch was cooles passieren können hast du weit oben so ich gehe mal was essen ich habe hunger voll gut ich bin im baum wie hoch ich komme cool aber warum sagt uns das keiner vielleicht wusste das keiner aber hoch kommst du eh nicht richtig oder man hat es nicht für relevant gehalten das hast du jetzt von deinen spieler ein jasmin ich habe es dir immer gesagt ja weiß was ich richtig gut finde aber du wirst es mir beschriftlich erzählen sag bitte sogar so schwach dass ich nicht mal die leiter hier hochkomme jasmin sag bitte danke nein damit ich dir das erzähle oh bitte lieber patrick sag es mir ja ich weiß nicht ne äh ich find's cool wie konsequent wir dabei sind wenn wir sagen wir haben jetzt heute abend blutmond also spielzeit heute abend wir bereiten uns vor machen wir doch ja ganz konsequent wir hier ausbauen und seelisch bereiten wir uns darauf vor aber ich weiß jetzt wieder was ich machen wollte ja weißt du dann ja aber ich sag es dir noch nicht das wird eine überraschung oh oh du wirst so augen machen jasmin ich bin tot ich bin verhungert hey wie geht das denn wir haben so viel zu essen ich bin infiziert sowieso jasmin bitte ja bitte die hat so viel gegessen das ist schon nicht mehr lustig gewesen ey konntest du da nicht mehr drüber lachen hey so sie hungert bitte seh ich auch so so viel zu essen was haben wir denn so viel gar nicht viel was ist denn viel bei dir wir haben doch mega viel fleisch und so zutaten man muss halt nur mal zu wir wollten doch wir können doch schon können wir schon gemüseeintopf machen eigentlich immer noch nicht immer noch nicht keine ahnung musst du mal gucken das könnte ein bisschen eng sein ne so was brauche ich denn nicht das schon ich weiß nicht ob das zu eng ist obwohl letztendlich sollte das ja immer ein Mixer werden also aber dann würde ich im Vorfeld damit die hier nicht mehr bei uns ins Grundstück fallen und die Tür ständig kaputt machen würde ich da und da bin ich richtig clever jasmin stengel 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 da können wir gleich loslegen hier ist hell draußen ist vielleicht sicherer ist vielleicht sicherer jasmin wenn wir das so machen ist das bestimmt kein problem kein problem so kopieren und schattieren wunderbar falsche taste sind das andere stengel fällt mir jetzt erst auf willst du jetzt machen überhaupt einmal hier damit die ich hoffe die das ist ein ganz anderes geländer das ist ja das ist ja doof das ist ja absoluter Fusch Tom Taylor der Heimwerkerkönig ähm ja ja ich hab hier nur achso ja ich hab den Faden verloren ich hab hier nur so ein Geländer gemacht damit die ähm nicht mehr bei uns in den Garten fallen und die Tür kaputt schlagen sondern dass der die hier einfach nur ein bisschen rumschubst damit die nicht so gut springen können hoffe ich ich gehe jetzt meine selber das Gebiet machen ist das weit weg äh 300 Meter warte ich komm mit ja dann los vielleicht kriegen wir was cooles ja ich muss noch kurz äh Tasche leer machen und essen mit nicht Tasche leer machen ja ich hab auch ein bisschen aber nicht viel äh Durstlöschung und so trübes Wasser äh Pflaster Holz Pfeile brauche ich ich hab auch so viel Waffen mit ey Waffeln 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 oh du hast ja zwei Kürbiskuchen gemacht vier ich hab mir zwei mitgenommen ah wollen wir äh auf dem Dach vielleicht Kürbis anbauen ich glaub wir können ne ja weiß ich nicht wenn das geht warum nicht hm ich denk mal das wär vom Vorteil wenn wir Kürbiskuchen machen können warum nicht der ist gut so das und jetzt noch einmal den hier und dann noch einmal hier boah dort rüber noch einmal na echt jetzt ja wir haben halt nicht mehr viele Steinpfeile ne müssen wir vielleicht auch mal ich hab mir auch welche gemacht hm ich hab 70 Stück gemacht ja da müssen wir auch welche machen ja können wir ja noch können wir jetzt erstmal los mhm ja vielleicht sollten wir erstmal los gehen machen wir mal deine Quest so du wolltest doch mit ich wär jetzt alleine gegangen ich hab meine gestern ja auch alleine gemacht ach da hinten bist du schon ja ich hab doch gesagt ich geh los was wärst du bloß ohne dein Fahrrad ey fleißig mhm weniger faul dünn such dir was aus stimmt hier der Schrotti wa ne bei 300 200 360 oder da hinten das ne ich hätte jetzt also das Holzhaus hätte ich schon gedacht zumindest dann lass aber erstmal reingucken ob wir da noch looten können vielleicht können wir da schon wieder neuen Kram mitnehmen ja dann gehst du rein und ich säubere äh ne wir müssen erst looten und denn säubern sonst ist der dann gehst du rein und ich säubere danach also also wir wir looten jetzt zu zweit oh und dann säuberst du und ich loote nochmal äh den blöden Einfall hier ja wir müssen erst looten weil sonst wird das müssen ja sobald du die Mission annimmst ist das was jetzt hier ist äh weg also du kannst ey wieso kannst du von so weit weg das annehmen weil ich Skill hab also noch nicht die Quest annehmen bitte oh ich hab's verstanden und wir Jasmin wir sind bei 31 Minuten ja dann machen wir das in der nächsten ja dann machen wir das in der nächsten Folge ja los ok warte ich will noch mal das Auto abbauen das ist immer ja warte noch kurz das immer du willst doch nicht sagen dass ich trödel oder leeres nicht abbauen das kann man looten ja das hab ich schon oh Gott da wäre uns aber fast ein Missgeschick passiert ja mal gut dass ich noch aufgepasst hab ja dann würde ich sagen in der nächsten Folge looten wir diesen kleinen Schuppen hier ist er eh geöffnet und säubern wir das Gebiet ach das ist da hinten das Holzhaus nicht mal das hier ok aber das können wir auch looten hier ist er auch wieder Zombie ja alles klar nächste Folge ordentlich looten ordentlich klatschen ja hier war ich doch erst du hast da was geweckt Jasmin auf Wiedersehen tschüss えっ versch Cherry definitely doch schon sehr